Das Alters- und Pflegeheim Kühliwil gehört zur Stadt Bern. Es ist gut geführt und liegt wunderschön oberhalb Verkehrssatz. Es hat aber auch ein paar Nachteile. Es ist nicht mit anderen Alterseinrichtungen vernetzt und kann nicht kostendeckend geführt werden. Zusätzlich stehen Investitionen an, die rund 20 Millionen kosten. Diese Nachteile will die Stadt Bern beheben. Sie will eine neue Trägerschaft gründen, zusammen mit der gemeinnützigen Stiftung SILOA, die Spezialistin in Altersmedizin und Pflege ist. Ich bin von dieser Lösung sehr überzeugt, denn so können wir die Zukunft von Kühliwil sichern und die Arbeitsplätze dort erhalten.